Ich geh mal dran, ich hör noch gehen, was? Äh, ja. Wanns echt raus? Ah je, halt. Schnell, du willst ja leeren. Ach, jihihi. Ah, Scheissgütze. Ja. Ja. Wann wir da sind? Ich fahre alles, mach das okay? Okay. Ah, mach das, Kollege. Hast du noch eine Chance, Gata? Ah, ich hab deine Sanchez nie gehört, hatte ich das. Guck sein, du Bracers. Geil. Titz. Geil. Okay, da war das. Ich kriege die Leich-Breaker, die ich mal in Deck und Heal. Macht's, bocht ihr schon dappelst. Die Waffe. Die Waffe. Ja. 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 Oh, wo ist denn hier? Klar. Was? Ich habe gesagt, ich kann die nächsten 10 Minuten auf Cargo und dann nur beim Tausttricken, während ich nicht auf den Computer gucken kann. Aber hier sehe ich schon. Ja, das ist... das ist ja gar nicht zufrieden. Das habe ich ja nicht gewollt. Das hat der Pro-Gamer. Mein Gott, Mann. Das ist ja gar nicht zufrieden. Ich habe ja keine Chance, dass mehr hier bei euch sind. Vielleicht, ruhig! Man, das ist ja wunderbar. Das ist auch nicht cool. Ich bin gefangen geworden zu mobbeln. Nein, das ist hart. Und da geht's los und da geht's los. Ich will die... Ich will die richtige Experianz. Ja. Ich merke, ja. Schnell, da geht's. Ja, richtig vergrößt. Schön, ich kann nicht nur auf mich durchsetzen. Das ist ja schon so gut wie da und da. Ja. Du weißt nicht, wie jetzt... Ich kann dir die. Äh. Aber Gott sei Dankeschön. Also, dann du nur mal aus der Gruppe kriegen. Super guter Heel, danke. Das können wir gerne machen. Wenn dich schön. Ja, passt. Ja, passt. Ich bin gut in Englisch. Ich bin gut in Englisch. Aber das ist ein mega der Hacker. Ich meine, ich habe einen Schlagnisch. Ich habe einen Schlagnisch. Ich habe einen Schlagnisch. Aber ich habe einen Schlagnisch. Ich habe einen Schlagnisch. Oh, fuck. Ja, ich glaube, sie würden das Ding anfließen. Weil er nur Krise geht es hart. Tja. Es hat falsch geprüft. Nein. Zuerst gehst du gut schick, das wäre ja kein Problem. Noch 20 Schlafen, ok? Das packt man hier. Ja. Es sind schon genug Stübel, die Haie. Überzahm an der Sache, Mugel. Ja. Schliess, wenn du die Gruppe vorerst, dann... Da leh, mal lasse. Schau mal. Katze, das ist halt so eklig, das Gefühl. Das ist mega ungewöhnlich, die Pluspassung nimmt zu ihm. Ja, wenn wir so aufsehen, die war schon ewig schnell. Sie sind ein sexy krankenschwester. Ja. 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 Soll ich den Wunden heilen? Ja. Ich fand den Weisbrücken, ich denke, das ist gut. Ich hab den Gulen zum Kampel drauf, ich hab T-Bokai durch die ganzen Stompst zu kommen, wie ich weiß nicht. Agro, agro. Du bist alles freigelöst. Das ist mein DPS, der kann ich nur dann gut. Oh, was? Ja, geht's halt. Ich kann auch immer keinen schweren Rüsten drohen. Stimmt. Stimmt. Wir stehen. Ich will. Ich will gucken, ob ich gut hielen kann. So. Ja. Was? Hast du rufgesprungen? Ja. Oh, okay. So, wenn wir... Also, das ist ein Stil, doch. Ich hab gesehen, wenn du mir rufgesprungen gibst, wenn der Lava steht. Also, du in's denn? Oh, egal. Möchtest du Feuerprozentual schieben, oder? Äh, nee. Nee? Nee, nicht mehr. Weil du kannst ja nur auch irgendjemanden von der Lava spangen haben. Du heilst mich schnell, wie du schwörstest. Du heilst mich schnell, wie du schwörstest. Uh, 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 uh. Das denn? Zack. Heel. Das ist mir schon schon die Kippplansch nachher ist gekommen. All right, ich, äh, der Krochenseele. Ja. Du kratzt so. Oh, fuck. Schickert. Mhhh. Hey, hallo. Ja, wie, ich kann ja nicht dafür, dass hinten noch ein schlechter Platz tagt. Ja, du musst dich dazu aufraschen. Du kannst das wirklich scheiß. Hast du ein bisschen mehr Me-Me-Cain zu geben? Komm, ich traue dich nur Scheiß-Tag. Ja, das ist fertig, ne? Ja. Geht mal weiter, ne? Ja. 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 Ich frage dich auch hier. Ja. Ich hab mich schnell healen. Ja. Ja. dass sie nicht wirklich DPS rausbringen. Boah... Schade, wie gut du spielst, dass sie mega-damage konnten. Karte, das ist nicht die Weltklasse. Naja... Boah... Das ist schon eine Zielung. Weil wir da nur irgendwie die E-Mails geben, weil wir da immer die Kippen haben. Keine Damage, da und Bursfall ist mega-dark. Alles gut, Herr. Sie sind in einer Serie richtig gut, doch am Quartraumraum. Ich habe schon am Urten-Core gehielt, sie sind abgehärtet. Was steht denn, oder was? Ich bin der ZD-Core. Das ist schwer. Die Wallachter ist ganz nahbar. Wir ziehen uns zur ZD-Core. Das war sehr. Der ZD-Core. Und der ZD-Core. Das war sehr. Was wurde der ZD-Core. Das war gerne. Das war nicht so. Ich hatte amour und Prozent Nürnberg aber die Gruppe ist gut wie in Kürtelbeutel Gründer Schotzee-Beutel Neckertschulden der Europawandel einstürzt muss ja LFG machen. Das soll ich machen, Patrick. Dankeschön. Das ist doch schön. Ich weiß, was gut ist. Fleisch-Teig. Das geht dir. Das ist gut. Na, Yves? Fleisch-Teig. Du bist ein grosser Lebenser. Hier ist das so. Es sind so ausdrücklich. Es ist so ausdrücklich. Fleisch-Teig. Aber es ist so gross. Du hast fünf unterbrochen. Ich habe die Kräfte offenbart. Danke, Herr Kieler. 10.000 Prozent der Armatsprüfung der der Stürzer bei Bruder hat sich jetzt zu Prozent wobei der Schwule geschwadet werden wird dann jetzt im annehmen wird der Motiviert wird nicht geschwadet hat der Verschlüsse auf Facebook hat auch ist in die Werte geben hat 10.000 zählen wie das er wird er hat Was? 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 Ich war doch nicht gucke mir. Ich kann gucke mir an der Welt. Ja. Komm dann gehen wir dann alle hin und dann noch mal gemacht werden. Hallo, was macht ihr hier? Nur mal mehr, aber warte. Fearless. Ich fand, die Mettel kam aus Navigation. Wir sollten auch noch keine hin. Aber wie falsch groß ist der Tür. Badefleisch. So, dann lösen wir fertig. Das ist doch vor der dennke Römer raus in Bord. Jesus, Jude. Er ist sie, siehst du, aus dem Gild den Chat. Wirklich, was. Leute, wer will, was gibt's? Sie doch, für die erste. Quasi, so aufgängst. Ne, abzusammeln, tscherzschreiben. Wart du eigentlich? Ne. Das wird noch versprochen. Ah. Mal, nein, kein Wünschen. Okay, dann nicht. Dann nicht mal nicht. Das ist, äh, EVE. Ich müsste dich nicht zerstören. Du kannst dir gegen meinen Heal und... Ich muss noch nie Damage... Oh. Ich kann... Du hast doch... Ich bin da rücker... Ah, na. Ich bin da. Reha Start. Fuck. Wie viel Schöne, du schockest Reha soon. Uuuuh, knapp. Du, ist ne Pro-Game also. Ich hälfte mir, du, du schockest. Guck mal sehen. Das war Du da. Manchmal ist der Frag. Nein. F*** F*** Kritt, ey! F*** Kritt! Jetzt muss jemand mit Pepsik kaufen Was fragst du davon was? Ich möchte dir aber film ihn Oder Beyer Einfach, oder Beyer Man erlebt, dass er einen Brief gestiegen hat Für einen neuen Kronologie Sie danken, du Neus Wollen wir als Epic Battles machen Man hat wieso's denn in der K.U. gemalt, wo man einen Tag von der Gruppe hatte? Mh... Ich kann das doch nicht nur malen Mh... Oder Ja Natürlich Ich nenne Sauber den Heel Steil dafür Ach... Heel hee steil denn, das wisst ihr Ja das klingt zu langweilig Du kriegst du nur noch Du kriegst du nur noch Gräuter Heel Nee Ja 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 Stamm, äh... Stamm Rage Stamm Rage Gruppe Ja werde Valerian aber betreiben Oh, wie lebt die Bersche. Ich kann mich mal gucken was, ob der Gildebank Abstaube kam. Oh, Quingsensnake. Oh, der Tinojona, ne? Oh, komm, ich bin Tinojona. Das ist ja immens. Genau, aber wie der Scheiß nicht, dass du auf Tosche wärst. Das ist ein Glühf. Irrter Priesterglühf. Tunst du noch ein Fischlank? Oder was das? Scho. Da sind wir dabei. Das ist prima. Also, wir müssen noch 23 Level führen, äh 13 Level führen. Oh, jetzt. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Was hat das gemmbler? Das ist wirklich ein goat, wenn du nie bist. Du bist mega vertraut. Das ist mega großartig. Beide. Das ist mega großartig. Das ist mega großartig. Das ist mega großartig. Für mich ist nur mein Frostwolf. Oh, nein. Ein Wolf. Ein Wolf. Ich weiß schon, dass ich tun muss. Aber sie sind schon in der Kluft ab 20, nicht? Ja, ja. Wo ist das denn? Ohhhh, fehlt noch einen Tengern wie die. Aufwandern. Ruf dem Valerion. Ha, man begreift nicht. Komm, man, ich spiel der Valerio. Ich sehe, du liebst, als du genug kam. Gar nicht. Oh, fuck. Ich sollte mal in einer Heißetappe. und gut wie langweilig der Teile mussten die Täter nur guckt ja das ist gerade so eine Daumenphase, so kommen wir auch rum raus ich fand den Patrick so was ich voll gemacht Ach du warte schon rum du wirst schon rum verpasst Ah der klingst scheiß Pottrick macht dich voll Ja wenn man Pottrick klingt dann immer was als dann irgendwie über irgendeinem Hand in einem Raum Ja das stimmt Ja das war das Es hatte gerade den Pfiffel die am Mund oder so Juh Wenn Pottrick aus ist schlecht dann äh Da kann ich einfach das Motal gewinnt Das ist vielleicht nicht zu gut von vorne Wenn nich nenhörtainer wie mir Gern sie geboren für Leute In kochen und Gesicht voller Leute zu zaubern Asian Und hier musst du jetzt was Juguvize kompensieren Ja ich über nicht steig dass ich da Ochohohoh Ich kiebe Club Ähh Unheilter, ja Du gehst los Yeeeeh ihr Symaridteuer Ich hab da gedörnt Der Star-Style ist so ne... 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 Aber dann ist das nicht so ein Geld weggebracht... Fuck ey... Guck hier das geile Schild, Matt... Ja... Reo Flash Droga in 14, ich kann ja nun... Was hatte Dokten zwar nicht gemacht... Ah... 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 Weil der Star-Style ist kein guter Tank... Star-Style ist kein guter Tank... Das sind die... Ah ja... Kraft! Kraft! Weil... Also... Star-Style ist... Egal... Ich weiß nicht... Danke... Aha... Können sie Leute, die wir tanken... Ja... Genau... So... Ich mache mir nur den Charakter... Mit dem sich andere Leute werden mich identifizieren... Wie werde ich ihn nennen? Star-Style ist... Du bist... Gott... Das ist eine sehr coole Nummer... L-O-L... Ich bin schön... Bist du... Komm mal, bist du ein Mädchen, Alter... Und nur weil ich ein Mädchen bin... Gott, wenn ich das Lied von Blüfen habe... Ja... Ja... Wie soll ich ihn nennen? Ich hab' ihn nennen... Ich hab' ihn nennen... Ich hab' ihn nennen... Heute ist mein Tag... Heute ist mein Tag... Heute ist mein Tag... Jaaa... Am nächsten Level krieg' ich Feuer reg'n... Da geht der Klaus von DPS... Hehehe... Mann, ich hab' ihn nennen... Ich hab' ihn nennen... Wie das denn gut dran... Weil ich geh' ihn nennen... Weil das muss ja nachher irgendwo hin... Ja... Oh ne... Wie schrecklich... Ja... Dann ist er auf... Zwei, drei Feier... Ich... Und dann... Fertig... Ja... Wenn du... Wenn du Feuer reg'n... Dann hör' dich auf die Feier... Dann hör' dich jetzt... Dann hör' dich jetzt... Wenn du nennen... Dann hör' dich gleich... Nein. Nein. Ich bin nicht gut. Ich bin nicht gut. Schrauf mal ab, das scheiß Tank. Der Tank ist voll unter, ihr kippt. Geht's halt then... Geht's halt, Kurt. Wauw, ich konnte... Ich konnte Dinge machen, ich konnte eine Seelensteuer machen, geil, ja? Oh, das ist holy Feuer. Das ist holy. Das hat mir gefallen, mach ich wieder. Ja, machen, an ob die Salva setzt, ne? Lala, ach, die passt jetzt. LOL Hello, hey Guck, die krasse Nummer Wie heißt das, gibt's mir noch nie in der Schule. Wenn die Kraft, die du nicht hörst, dann hat man nicht, dass wir einen Ausfluss waren, haue Stoffe. Also fangt man in der Schule in drei Stunden, ha? Das wird geil, die kippt ja einfach zu fahren. Du hörst da jetzt schon rum, die Kraft. Komm, die kippt jetzt auch. Ne, das ist ein Teil. Das ist ja mega dumm, wenn du dich bekommst. Ich geh nur ins Prinzip. Geh laut mal, mein Rage-Feier-Gear. Wuhuhu, mach halt auch da drüber, aber nicht mehr. Da brauchst du, sie bei dir. Oh fuck, ich hab' auch gleich geguckt, war das? Ich nehm' nicht, das. Mach's sie. Wuhu, what, wird leeft? Jetzt haben wir bestimmt, ähm, jetzt haben wir schon sehr coole Verzauberungskunst. Und... Flay, johann, flay, johann. Ah! Ah! Ich geh kurz Pepsi kaufen. Mach du. Malhör. Und das ist auch Zeit. Jo. Jo, ich denke, ich hab noch mal nicht mehr. Lauf, Patrick, Lauf. Jo. Oh. Alter! Daaa! Wenn man einfach kein Damage mehr... Komm, wir sind einfach... Komm, wir sind einfach... auf alle drei Folge bei ihm. Fünfmal weg. Wenn da ist nur einfach... einfach alle drei Folge bei ihm. dro knocked rein, Derm sponsoriert. Sondern wir... Du brauchst noch Following, denn wir haben doch... Ja, ist nur Following. Oh Gott, schlusser Kraustauber. Das sah so geil aus. Das ist einfach mega provokant. Nein, das ist einfach so. Ich kann das nicht kicken, weil... Wie sind wir da überzuhören? So ganz witzig. Oh nein, das ist ein Lopulzer. Das ist ein Lopulzer. So ist schon mal die Grounding-Totab-Dinnerstelle. Das kann ich nicht machen. Nein, das ist wirklich nicht so. Nein, das ist nicht so schön. Jaaaaaah, warte ich mal nur, hat Keh-ten den Seelen steuert, damit. Guck, ich fand dem Star-Style eigentlich ziemlich gut. Das schluchkelt dir als Kriterium, aber das Mod. Fuck, die kommt ja noch weiter. Ich würde mir jetzt aus dem Portal laufen oder so. Jaaa, die sind pure Mops, Alter! Ich komme hier rasseln, damit ich komme hier zu einem keinen Poppa. h mit der dätschicht erfolgen er wird der schlager so dass man so dass man so schlager so schlager so schlager so schlager so schlager so schlager so Das sind Rennans und Kinder. Der kann nicht, der schreift nicht. Nein, er springt. Da kann ich nicht schreifen. Du hast es. Wir sollten nachher mal sterben lassen. Wenn ich nicht schreifen darf, werde ich nicht schreifen. Ich habe zu n�geln. Nein... Ich will hier nicht mehr Schrocken zeigen. Jeesu nicht mehr schreifen kannst. Ich will so gewisse Schrocken zeigen. Nein, ich will hier nicht mehr. Dann wollen wir das nicht discernieren. Ich bin so schnell, ich wollte das nicht schreifen. Ich bin nicht gemütet... Ich will nicht mehr sparen. Ich muss rosmer sein. Ich bin nicht sass. nicht mehr das verliebt mir an Pettings gut das hat gut geht sich nur damit es dort gekostet ist auch wurde wir haben und Ich will nur, ob wir Juhu endlich gewahrt. Okay, Star-Stylist! Ich hab dir nur einfach kein Geschirr, du. Das klingt dann ein bisschen. Geh mir in den Kollegen, oder so. Ich selber. Boss. Boss halt. Wo hat der Start? Nee. Ich hab auch versucht, meinen Leerwundler rauszuholen und den Tank und was. Ich hab gesehen, wie der rauskommt. Mittlerweile haben wir auch schon wie ein höchstes Level. Ich will einfach loschen. Okay. Okay, du wirst nicht loschen. Du wirst ja auch loschen. Für sie, wenn sie nicht. Äh, ja. Zehn Prozent. Ja. Okay, du wirst nicht loschen. Mhm. Gäste. Äh. Fuck, das passt da. Ich brauche. Nein! Ich sehe, was du da gemacht hast. Ich bin nicht mehr gewinnt, aber ich bin nicht mehr gewinnt. Ja, ich bin nicht mehr gewinnt. Ich kann den Perfekt euch da, an Dara. Da spielt sich doch immer am besten, wenn den sie mega per schwarze Beißen ist. Was? Da spielt sich am besten, wenn per schwarze Beißen ist. Ja. Na, es ist schon zwar Tron und Zöl, die mir den Bildschirmspiegel da, aber noch. Hählst, das soll ich da stehen, nicht hählst du Puls. Gebraucht ihn hier. Ja, ich bin hier gerade die Kraftskritteil fettem Damage. Wow, knapp war das. Warte, 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 erzählst du hier hin? Hier haben wir Puls. Das ist ja nicht gut, Mensch. Kannst du das da lösen? Das ist ja der Puls. Geh, Tati. Kort! Jaaas! Agro! Ich auch. Ich auch. Jetzt hat dein Dritt Bull dabei. Was? Kannst du halt nicht mein Dritt Bull dabei. Äh, keine Ahnung, kann schon so ein Schmang nicht. Hey, steh, Puls. Steh, Puls. Steh, Puls. Oh, ich sehe dich da. Ähm, ich kann nur, ähm, nur drei Stunden essen. Ja, Mann. Du musst nur mal auf dem Tisch werden. Oh, du sollst... ...dein Geschwister essen? Du musst nur mal auf dem Tisch werden, ne? Ne. Da? Ja. Wir müssen die ganze Woche immer auf dem E-Fahrern. Jaaah. Du hast schon eine Ehre-Ding-Schwester. Ich habe gedacht, sie ist Vagina. Ich weiß. Filmen wir mehr, wer hat noch? Jaa. Okay, chill. Jaa. 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 Ich tag ihn auf Facebook. Jaa, wir haben noch nicht alle gebeten. Jaa. Wir sitzen an der Cafeteria, geht so in die Schmisch, die Arsch. Wenn Nali nicht wirklich, geht schon in Weißen. Jaa. Naali hat es mega krass. Jaa. Jaa. Ich losse die Schmisch. Jaa. Jaa. Da hat es noch nicht krass gemacht. Jaa. 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 Und... Jaa. 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 Ich nehme dich die Tigerensauge. Das ist schon so lange, du nur geformt. Also, du sprichst mir, ich habe keinen Tag. Jaa. Einen schon. Oh, der ist doch so geil. Jaa. 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 Ich kriege mal, pro Zufall, ich kriege mal 3.000, äh. Ich kriege nur noch. Jaa. Das ist schon viel. Jaa. 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 Ich habe einen Wagefeuer und. Okay, bist du noch. Bis gleich. Tschüss. Ich hab' das so schlafen. Puh. Ah, schon rum mit dem. Ja, kann man lieben. Der Meter ist hier fort. Ich lache doch mal. Acht. Das ist so herrlich.